Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Heute stellen wir dem bereits bekannten Cloud-Shop-System Shopify ein eher weniger oft von uns behandeltes Shop-System gegenüber. Gemeint ist Oxit eShop, das von der Freiburger Oxit eSales GmbH entwickelte Shop-System Made in Germany. Da wir ja bereits in den Videos zuvor detaillierte auf Shopify eingegangen sind, nun ein paar Infos zu Oxit. In den Anfängen des Oxit eShops war dieser als proprietäres System angelegt, was aber durch eine komplette Überarbeitung des Quellcodes angepasst wurde. Damit war dieses auch als Open-Source-Lösung nutzbar. Das hatte dann auch zur Folge, dass es eine kostenlose Community-Edition gab. Das heißt für euch, ihr könnt Oxit eShop einfach kostenlos nutzen und ausprobieren. Wie ihr dieses Shop-System installiert, haben wir euch bereits in dem Video oben rechts gezeigt. Neben der Community-Edition bietet auch Oxit noch vier weitere Varianten zur Auswahl. Selbst gehostet gibt es darüber hinaus die Professional und Enterprise Edition. Was jeweils vorhanden ist, ist in eigenen ausführlichen Landingpages auf der Oxit-Website einzusehen. Doch auch Oxit gibt es mittlerweile in der Cloud. Unterschieden wird in einem B2B- und B2C-Cloud. Welche Version für euch am besten geeignet ist, hängt von euren Ansprüchen ab. Unser Tipp an der Stelle wäre es, die kostenlose Version auszuprobieren und zu sehen, welche Module und Funktionen euch noch fehlen und schauen, ob diese per Modulkauf zu ergänzen sind oder es doch Sinn macht, die Professional Edition zu erwerben. Diese kann für einmalige 2.900 Euro erworben werden. Bei der Enterprise Edition muss man dann allerdings deutlich mehr hinblättern, wofür man dann aber auch einen individuellen Kundensupport sowie eine große Bandbreite an Modulen und Schnittstellen erhält. Zwischen 15.000 und 32.000 Euro sind es dann schon, je nachdem ob B2B- oder B2C-Lösung. Außerdem lassen sich damit dann auch mehrere Subshops anlegen. Am Ende ist es also eine Frage der Größe, wie groß ihr aktuell seid und wo ihr hinwollt. Ein großer Pluspunkt ist zudem die gut ausgebaute Doku in deutscher Sprache. Was bei Shopify der Shopify App Store ist, ist bei Oxit der Oxit Exchange Marktplatz. Hier gibt es dann sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Erweiterungen. Das heißt, ihr könnt erst einmal schauen, wie ihr euren kostenlosen Standard-Shop mithilfe der kostenlosen Erweiterungen aufpeppen könnt. Sollte euch hingegen das Know-how fehlen, wie man diese Erweiterung integriert, helfen wir von eBakery als Oxit eSales Agentur gerne weiter. Was lässt sich also letztendlich sagen, wenn man beide Systeme gegenüberstellt? Oxit eShop ist eher weniger für die ganz kleinen bis kleinen Projekte gedacht, ist dafür aber mithilfe der Enterprise Edition auch für sehr große Projekte skalierbar. Dementsprechend braucht es dann für die Einrichtung des Professional- beziehungsweise Enterprise Shops auch ein gewisses Skill Level, das vorhanden sein muss beziehungsweise durch eine Agentur dazu erworben werden muss. Doch mittlerweile gibt es über 100 Oxit-Solution-Partner, die euch tatkräftig unter die Arme greifen. Shopify hingegen ist dafür für die sehr, sehr großen Projekte eher weniger bis gar nicht geeignet. Die Einrichtung kann für einen einfachen Shop aber dafür ganz alleine vonstatten gehen. Es bedarf also keinen Programmierkenntnissen. Bei Shopify könnt ihr den Shop vollumfänglich für 14 Tage kostenlos testen. Bei Oxit ist es genau andersherum. Ihr könnt die Standard-Version unbegrenzt kostenlos nutzen, allerdings nicht die Enterprise Edition testen. Am Ende ist es also davon abhängig, wie groß euer Unternehmen ist und wo ihr hinwollt. Als Starter mit wenig Budget wird Shopify geeigneter sein. Mit mehr Budget und großen Plänen bietet euch dann aber Oxit eine moderne Lösung sowohl in der Cloud als auch Self-Hosted als Open-Source-System. Seid ihr noch nicht sicher? Beraten wir euch sehr gerne sowohl als Shopify als auch Oxit eSales-Agentur. Die passenden Seiten haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Sollte es zu dem Video noch Fragen geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Ansonsten den eBakery YouTube-Kanal abonnieren, um keine Vergleichs-Videos in naher Zukunft mehr zu verpassen. Wir wünschen euch viel Erfolg mit dem System eurer Wahl. Bis zum nächsten Video, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.